moin moin und willkommen zurück hier auf meinem kanal zur weiteren folge cuphead für die switch harte stück arbeit das spiel durchzuspielen wir gucken mal was jetzt immer alles gemacht haben also wir haben die hier besiegt die hier gibt es nicht so viel da können wir gucken wie wir tot sind die achterbahn haben wir das schon mal gut wir haben die pyramide das fluggetier haben wir auch besiegt hier gibt es auch nicht mehr viel eulen haben wir auch also was gibt es denn überhaupt noch zum shop gehen wir haben auch keine münzen mehr und münzen können wir noch besorgen denn da ist ja noch ein weg freisicht gerade die machen wir jetzt so vielleicht finden auch den heini der hier zugehört hat von einem papier-shop trio gehört wo ist er bloß ja wenn ich ihn finde sage ich bescheid wir gehen das hier rein was hier drin bin gespannt sprinten ballern los geht's und ballern sind eigentlich mein lieblingslevel allerdings waren die bis jetzt auch nie so richtig anspruchsvoll schwer natürlich jetzt mal anders sein schauen wir mal wir sind nicht zum spielen aufgelegt verschwinde ok bei den ersten waren da oben fährt es auch da kann also nicht längst kommt die ente ja man kann ich die abschießen ok 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 da und zu wissen da kann ich gegen schießen ja okay habe ich schon gedacht dass auch scheiße hier sind nicht zum spiel auf geht verschwinden ok 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 ist unlängst die mann hoch ist da muss man schon aufpassen hier man wenn man nach unten deportiert wir müssen hier hin geht leider nein wir müssen vor die münde aufpassen aber können die kann ich die münde abschießen die münde die da rauskommt münde hört sich auch scheiße an ok ich sage nicht so schwer und abschießen nun kann ich nicht abschießen ich glaube der einschuss das ist so blöde weil man muss man schon umdenken wenn man auf dem kopf rum läuft das ist wirklich sehr ätzend ok nochmal ah blöde mund nein ah ist kaputt ok durchlaufen ja ok oh kommt die bombe von oben na gut jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's bei im 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 als hier ist auch so schwer eigentlich ok die fragen wo man hin will ok 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 noch mal runter nein oh nein ok da muss man wirklich umdenken das ist wirklich kein so leicht aber wir waren schon fast am Ziel oder ziemlich weit am Ende nochmal dämliches Level mag ich nicht kann ich jetzt schon sagen nicht dumm mag solche Level nicht die man oben unten machen muss ist dumm macht aber kein Spaß oh nein oh nein in dem Moment kommt das Scheiß vielleicht nicht raus oder gibt es doch gar nicht so Ich muss nur ausweichen, also wegspringen kann ich von den Dingern nicht ergehen, nicht zu schlechter Nein! Maaan! Oha, klar! Oh! schon so gar nicht da jetzt getroffen haben so klappt es nicht shit 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 nochmal blöden knutschküsse da ja vom sack Ich weiß nicht, was ich hier ist. Oh. Oh nein! Oh! 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 Oh shit! Das muss ja schon ziemlich weit hinten gewesen sein, oder? Ja. Nochmal, nochmal, nochmal! Und beginn! Now, go! Oh! 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 Go, boi! Uh! Oh! 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 Ok! ok so und wie komme ich jetzt rüber? Ah, noch nicht Ich weiß nicht, wie ich rüberkomme Hier ist ja auch nicht so, wie ich hinfliegen kann Wo geht's? Ach guck mal Hab ich das vorher gewusst Besser easy gewesen Ach man Super, geschafft Endlich, nach 3 Millionen versuchen Ja, die beste Note war es nicht Von der Zeit her fand ich es ok Aber auch kein Highlight Nehmen wir uns aber alle Goldmünzen Das ist schon mal ganz gut Perfekt Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns In der nächsten Folge Ich freue mich Bis dahin Tschüss Tschüss Bis dahin Tschüss Untertitelung für zwei shapes